Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert. Es ist halt jetzt schon wieder fast dunkel. Das ist halt schon wieder so ein Schmutz. Wirklich. Ich weiß nicht mal, ob ich gerade live bin. Ich selbst bin dunkel. Ja, ja. Bin gut angekommen. Ich bin hier gerade am Strand, wie ihr sehen könnt. Das ist aber ein Steinstrand. Also das ist nicht so. Das Grüne vom Ei. Aber schlechtere Cam als Bowie. Oha. Findest du das witzig? Ich bin euer Clown. Morgen kommt ja ein YouTube-Video. Das muss ich auch noch downloaden und hochladen. Ein bisschen scheiße jetzt. Ich weiß schon. Wo bist du in Italien? In Kalabrien bin ich. Ganz unten. Gerade eben bin ich in... Habe ich vergessen. Die sehen gut aus. Bin ich ehrlich. Das ist echt schön, aber es sind lauter Wolken. Es sind überall Wolken. Es wird, glaube ich, auch gleich anfangen zu regnen. Wenn es anfängt zu regnen, fängt es an zu regnen. Sie ist. Trinkst du Salzwasser? Nee. Anton hat ja eine Nachrichtsanfrage gesendet. Nee. Blockiere ich. 2014 auf Logs, be like. Jungs, wollen wir auf unserem Longboard fahren? Let's go. Oh, jetzt ist es aber dunkel. Könnt ihr auch ein wenig rumlaufen, wenn ihr wollt. Ich könnt euch ein wenig die Gegend zeigen. So sieht es hier aus. Es sind richtig schöne Bäume hier. Hier wachsen ganz seltene Kartoffeln. Hier haben wir noch ein wenig das Meer. Hier ist ein schöner Kletterbaum. Mülleimer. Abonniert. Tor. Was ist denn das da vorne? Das da, was ihr hier seht, das ist eine leuchtende Jesus-Statue. Ja, die steht auf dem Dach. Und es sieht so aus, als würde er gleich da runter springen. Aber der springt da gar nicht runter. Ich zeige euch das mal, wo ich hier gerade drauf sitze. Das sieht so aus. Und das geht wirklich lange. Und ich könnte jetzt einfach hier mein Handy hinstellen. Und ich renne einfach mal weg. Hallo, war euer? Einfach speedrun in real life. Flieg auch mal nach Kroatien. Nee, war ich noch nie. Was war... Stimmt, Luca. Waren schon mehr als 100. Ja, bro. Ich bin dankbar für jeden Support. Und generell fettes, fettes Danke an Oliver Tanzbär, Thor und Spandi, weil die haben... Okay, Hafer, das machst du. ...hätte weiterschlafen sollen. Sano, willkommen zurück. Schau mal, hier sind voll viele von dir. Ha, 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 ha. What the fuck? What the fuck was... Ha, 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 ha. Nee, Spaß. Da ist niemand. Oder vielleicht doch. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Nö. Wie dunkel ist es hinter dir? Ja. Schon sehr. Das Meer kann man nur noch hören. Das ist weg. Kann man nicht mehr sehen. Ich gönne mir Helix-Core. Die... Die überlegen, wie sie mein Handy klauen, oder? Und da kommt Chicks, da kommt Chicks. Ich muss cool sein. Ich muss cool da sitzen. Heute streamen bis Null? Nee. Ich gönne mir Helix-Core. Ich muss cool sein. Ich muss cool sein.